Oh, Herr, no! Und ja, ich möchte jetzt heute als Videofrage von dir da draußen wissen, wie viel Grad hast du gerade in diesem Moment? Was sagt deine App? Lass es mich wissen. Bevor ich mit dem Video starte, könnte ich jetzt so viel sagen, damit das Video irgendwie bei der einen oder anderen Person nicht in den falschen Hals kommt. Aber ich mache es einfach nicht. Schaut euch mein erstes Video an, dann wisst ihr ungefähr, wie ich ticke und würde sagen, wir legen los und ganz viel Spaß. Wer kennt sie nicht? Die Sprüche von der Verwandtschaft, sei es von der Oma, der Tante oder auch der Mama, die irgendwas mit dem Gewicht zu tun haben. Aber dabei völlig verwirrend sind. Auf der einen Seite sagen sie dir nämlich... Anna, guck mal, nimm dir noch Nachschlag, du verhungerst mir noch. Ne, Mama, ist schon okay, ich habe wirklich keinen Hunger mehr, ich muss jetzt nichts mehr essen. Wenn du dann aber wirklich etwas isst, sei es Kuchen oder vielleicht ein Schokoriegel oder ganz egal was, muss man sich das hier anhören. Oh ja! Aber ja, willst du das wirklich noch essen? Kind, Schokolade ist nicht gut, ne? Du musst ein bisschen auf die Figur achten. In manchen Essensituationen muss es besonders schnell gehen. Ich denke, das kennen wir alle, wir haben alle kaum noch Zeit, wir müssen alle schnell irgendwo hin. Und dann muss man sich einfach eine schnelle Mahlzeit gönnen und macht sich dann einfach ein Tütengericht. 20 Minuten später. Was mich aber auch mega rasend macht, was ich einfach nur so ätzend finde, sind die Menschen, die einem sagen, ab wann du dich Curvy nennen kannst und ab wann du einfach scheinbar nur fett bist. Ich habe letztens ein Zitat entdeckt, das war so ein Meme. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde, aber da stand dann halt irgendwie so, wenn Frauen mit dicken Bauch meinen, die seien Curvy. Und dann steht da so, nein, ihr seid nicht Curvy. Ihr seht aus wie mein Onkel Bernhard. Dann muss Onkel Bernhard ja ziemlich scharf sein. Spaß, da seid ihr jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde das einfach ganz, ganz schlimm. Ich finde, jeder sollte sich doch so nennen, wie er möchte. Und ich finde, man kann in jeder Körperform Curvy sein. Dünne Frauen können Curvy sein, dicke Frauen aber auch. Und wenn du vielleicht aber nicht die krassesten Kurven hast und dir das Wort Curvy Selbstbewusstsein verleiht, dann verdammt nochmal, ja, sei Curvy, nenn dich Curvy. Warum sollte ich da irgendwas gegen sagen, wenn sich eine andere Person damit gut und wohl fühlt? Ich verstehe das einfach nicht. Und deswegen, jeder ist Curvy, wenn er Curvy sein will und wenn er sich so sieht. Punkt. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die mir tatsächlich auch letztens passiert ist. Ich habe mir eine Hose gekauft und, naja, im Stehen war alles gut. Im Sitzen allerdings nicht so. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die so krass. unangenehm ist und zwar für beide Parteien. Und wenn ich unangenehm sage, dann meine ich auch unangenehm. Es ist so schön, dass du mich wieder versuchen kommst. Hängt einfach da die Jacke auf. Ja, das stimmt. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie verhintest du denn schon? Ähm. Du, ich bin gar nicht schwanger. Ähm. Ach so. Uiui. Uiui. Nehmen wir jetzt mal rein. Ich weiß, dass auch viele dünne Frauen dieses Problem haben, wenn sie zum Beispiel einen Blähbauch haben oder so. Und ich habe letztens mitbekommen, dass so eine Debatte am Laufen ist oder dass viele Leute darüber diskutieren, wie frech es doch eigentlich ist, sowas zu fragen. Einfach weil Schwangerschaft und ein Kind zu bekommen so ein Geschenk ist und man einigen Leuten zu 100% damit auf den Schlips treten könnte. Denn es können nicht alle schwanger werden. Es gibt Leute, die brauchen super lange, um schwanger zu werden. Es gibt Leute, die sind unfruchtbar. Und dann kann man sehr schnell ins Fettnäpfchen treten, wenn man diese Frage stellt. Ich finde, solange es euch niemand von alleine erzählt, sollte man das auch lieber sein lassen und nicht fragen. Glaub mir. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schau jetzt doch gerne bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich habe dort eine Platzzeit-Seite, wo ich täglich meine Gedanken mit dir teile, wo ich dir zeige, was ich so anziehe, was vielleicht vorteilhaft ist und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn du mich da abonnieren würdest. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es jetzt hier an der Seite ältere Videos von mir hier oben. Kannst du mich kostenlos abbonieren? Oh yes. Und ansonsten hoffe ich, dass du einen wundervollen Tag hast und nicht so dahin schmelzt, sehe ich gerade. Schmelzt, schmelzt, hm. Bis dann.